Heyo Leute, Willkommen zu diesem neuen Video, das irgendwie anders starten sollte, weil eigentlich wird es ja darum gehen, dass ich den neuen Schreibtisch besorge bzw. das heißt eigentlich ganz einfach halte, irgendwie zwei Tischbeine dafür besorge oder so. Eine einfache Tischplatte und gleich Arsch, noch ein bisschen Kabelmanagement noch dazu, dass es nicht ganz so wild aussieht und und und, Problem ist, ich komme null voran, ich bin noch nicht mehr zu Hause, weil ich hatte gerade noch erste Hilfekurs, muss nach Hause und dann geht es erst weiter, weil ich das Auto tauschen musste, kriege ich wahrscheinlich die Platte gar nicht rein, aber wie man sieht, geht es einfach null voran, wir sind wirklich, also, wieder zehn Meter fahren, stehen bleiben, zehn Meter fahren, stehen bleiben, diese verkackte Baustelle da, ey, ist eine absolute Katastrophe, die Kacke. Ich werde jetzt zusehender nach Hause kommen, das Auto wechseln kann, ich hoffe, dass es da oben kriegt das jetzt so eben mit, dass wir dann den anderen Scheiß besorgen können, und dann kann sein, dass wir das Video über zwei Tage machen, weil ich noch nicht weiß, ob ich das heute dann auch noch schaffe, alles weiter aufzubauen und Kabelmanagement, weil ich dafür ein bisschen Zeit brauche, noch ein bisschen, dann wahrscheinlich nochmal gucken muss, dass ich längere Kabel kriege. Egal, sehen wir dann. So, wir haben es geschafft, vielleicht kriegen wir doch alles an einem Tag fertig, mal gucken, ob ich mich mal so ein bisschen am Logo-Design probiert. Jetzt brauchen wir nur noch Sachen holen und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Ich hoffe irgendwann, dass ich die Dinger schon mal finde, dann sollte das wohl klappen. Dann sehen wir uns gleich. So, wir haben es geschafft, Tisch ist aufgebaut, die LED Stripes sich da noch dran knallen wollte, gleich so in den Müll schmeißen wieder. Lauft nix, klebt nix. Dann wollte ich die trennen, damit ich vernünftig um die Ecke kriege und 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 und. Die Verbinder und Laufen auch nicht vernünftig, also er kriegt keinen richtigen Kontakt. Ja, ich habe auch kontrolliert, dass sie passend sitzen, dass das auch so sitzt, wie es soll und bla bla bla. Doch, nix. Kriegt trotzdem keinen Kontakt. Funktioniert so nicht. Rellige Scheiße. Weg. Ja, machen wir anders. Jetzt stehen, ist doch auch egal. Stehen noch ein paar Sachen vom gestrigen Stream unter anderem jetzt noch mal auf dem Tisch drauf. Ich habe das alles kurz ein bisschen anders angeordnet, auch wieder so, dass ich nicht mehr wo oben gucken muss, quasi während Stream. Und das bitte ich jetzt. Jetzt haben wir mal, ja, kommt so mal irgendwo überblicklich. Werden sich noch ein paar Sachen ändern. Ist alles noch nicht so fein. Also Kabelmanagement wird noch ein bisschen, werde ich noch ein bisschen gucken, wie ich das jetzt wirklich komplett aufziehe. Und was möglich ist, was vielleicht sogar noch Kabel extra holen muss, damit ich die auch gleichzeitig vernünftig verstecken kann und nicht auf Spannung vorher schon alles steht. Für die Kopfhörer kommt noch was, also zumindest für das Headset. Da weiß ich aber auch noch nicht, wann. Da muss ich mir auch nochmal einen vernünftigen Platz überlegen. Dann haben wir noch, dass die Webcam anders positioniert wird. Weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das mache, ob ich einfach ein anderes Kabel besorge und dann mit dem anderen Monitor oder ein entsprechendes kleinere Stativ. Schauen wir mal, sehen wir dann am Ende, wenn es final fertig ist, jetzt wird erstmal gegessen und dann kann man nachher noch über eine Sache sprechen, wo ich über euch auch noch reden wollte. Sehr klein.